Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute wollen wir dir mal wirklich erklären, was du tatsächlich zum Fußballprofi brauchst. Immer wieder werden wir auch gefragt, hey Juka Football, was brauche ich wirklich zum Fußballprofi? Was muss ich wirklich haben, um Fußballprofi werden zu können? Und natürlich fallen solche Dinge wie Disziplin, sowas wie Ehrgeiz, sowas wie Talent immer wieder. Das besprechen wir heute auch natürlich, weil es wichtig ist. Aber wir gehen noch zusätzlich auf Dinge ein, die du unbedingt als Fußballprofi brauchst, die nicht so häufig kommuniziert werden. Und der erste Punkt ist klare Ziele. Hab klare Ziele. Warum? Wenn du nur sagst, du möchtest gerne Fußballprofi werden und das auch nur als dein, ich sag mal, Traum definierst und nicht als dein klares Ziel, dann wirst du diesen Weg nicht strukturiert nachverfolgen. Warum nicht? Weil du musst dir vorstellen, dein Gehirn und dein Körper ist so ausgelegt, dass er nur dann Motivation für etwas hat und du nur dann wirklich etwas durchziehen wirst, wenn er sozusagen eine Verpflichtung dem gegenüber hat. Wenn deinem Gehirn klar ist, hey, ich muss das jetzt machen, weil ich es mir vorgenommen habe, dann machst du es auch. Dann bekommst du auch Motivation. Wenn du aber keine wirkliche Verpflichtung hast, noch gar kein klares Ziel, dann denkt dein Gehirn, irgendwie ist das ja nur so ein Traum, ja gut, dann zocke ich heute mal Playstation. Verstehst du? Du brauchst ein klares Ziel, du brauchst mehrere Unterziele, damit dein Gehirn wirklich versteht, hey, ich packe das jetzt an und ich habe keine Ausreden mehr, ich gehe jetzt trainieren, ich arbeite jetzt auf dieses Ziel hin. Also Ziele geben dir Struktur und diese Struktur brauchst du unbedingt auf deinem Weg zum Fußballprofi. Das ist der allererste Aspekt. Und deswegen versuch dir Ziele zu setzen, versuch Fußballprofi nicht nur als Traum anzusehen, sondern wirklich als klares Ziel und versuch dir dann wirklich langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele zu setzen. Wenn du da nochmal ein paar Hilfestellungen brauchst, dann klick einfach mal dieses Video hier an, da haben wir nochmal alles erklärt. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt ist Liebe deinen Prozess. Was meine ich mit Liebe deinen Prozess? Du musst dir vorstellen, dein Weg zum Fußballprofi, wenn du es jetzt als klares Ziel definiert hast, ist ein langer, langer Weg. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und dieser Marathon ist ein Prozess. Das heißt, es passiert niemals irgendwie Schlag auf Schlag, sondern es dauert alles seine Zeit. Und diesen Prozess musst du lieben. Diesen Weg zu gehen, diesen Marathon zu laufen, den musst du lieben. Warum? Wenn du ein klares Ziel hast, aber du liebst nicht wirklich das, was du tust, sondern du machst das nur so halbherzig, wirst du früher oder später aufgeben. Wirst du früher oder später dich dazu entscheiden, irgendwas anderes zu machen. Playstation zu zocken, was auch immer. Weil wenn du etwas nicht liebst, dann hast du gar keine Motivation, es auszuführen. Und deswegen, wenn du ein klares Ziel hast, versuch dich in diesen Prozess zu verlieben, dich in diesen Marathon zu verlieben, dich darin zu verlieben, für dein Ziel hinzuarbeiten. Denn wenn du das tust, dann wirst du automatisch in deinen Flow kommen. Ich möchte es dir damit vergleichen, dass ich sage, wir als Sugar Football, wir haben uns in den Prozess verliebt, dir weiterhelfen zu wollen. Für dich Videos zu produzieren, für dich Individualtraining zu geben, für dich Produkte zu erstellen. Und das ist sozusagen unser Marathon. Wir haben auch klare Ziele und das ist unser Prozess. Und wir lieben das, was wir tun. Und deswegen brauchen wir keine Motivation mehr, sondern wir machen es einfach. Weil wir das lieben, weil wir diesen Prozess lieben. Und genau das solltest du auch versuchen. Du solltest versuchen, dich in diesen Prozess zu verlieben. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Jetzt geht es weiter mit dem dritten Punkt. Dritter Aspekt, Disziplin. Habe ich eben schon kurz genannt am Anfang des Videos. Disziplin ist das A und O. Was ist Disziplin? Disziplin wird definiert als die Fähigkeit, seine Emotionen, seinen Gefühlen, seinem Ziel unterzuordnen. Das heißt, wenn du Disziplin hast, hat es immer etwas mit Zielen zu tun. Deswegen auch ganz am Anfang Zielsetzung. Du brauchst also wirklich klare Ziele, um Disziplin zu bekommen. Disziplin ist, wenn du es schaffst, dein Ziel zu verfolgen, egal was passiert. Egal, ob es draußen regnet. Egal, ob du gerade Bock hast. Egal, ob du viele Hausaufgaben hast. Egal, ob du überhaupt nicht motiviert bist. Du wirst trainieren gehen. Du wirst für dein Ziel arbeiten, weil du eine starke Disziplin hast. Wenn du das schaffst, dann hast du eine starke Disziplin. Und du musst versuchen, diese Disziplin zu entwickeln. Weil diese Eigenschaft für dich ist wirklich das A und O auf dem Weg zum Fußballprofi. Und das hat eben gar nicht so viel damit zu tun, ob du jetzt Fußballprofi werden willst oder irgendwas anderes oder Architekt werden willst. Wenn du erfolgreich werden möchtest im Leben, dann brauchst du in allen möglichen Fällen Disziplin. Du brauchst diese Disziplin, um deinen Weg verfolgen zu können. Und dann brauchst du keine Motivation mehr. Deswegen versuch dir, wirklich eine klare Zielsetzung zu haben. Dir klare Ziele zu setzen. Versuch auch unbedingt, den Prozess zu lieben. Ganz, ganz entscheidend. Und versuch dadurch wiederum Disziplin zu entwickeln, für dein Ziel zu arbeiten. Und besonders in den Momenten, wo du eigentlich eher Bock hast, ein kurzfristiges Bedürfnis nachzugehen, zum Beispiel Playstation zocken, musst du deinen Kopf sozusagen umprogrammieren und sagen, nein, ich werde jetzt mich dafür entscheiden, langfristig mein Ziel zu erreichen. Und zwar, indem ich jetzt für mein Ziel arbeite und nicht diesem kurzfristigen Bedürfnis nachgehe. Wenn du diese Momente immer wieder durchlebst und dich in diesen Situationen für dein langfristiges Ziel entscheidest, dann wirst du langfristig gesehen Disziplin aufbauen. Ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Schreib mal unten in die Kommentare, wenn du schon eine gute Disziplin entwickelt hast. Weiter geht's mit dem vierten Punkt. Vierter Punkt ist Talent. Talent ist ein recht komplexer Begriff, ist ein recht schwieriger Begriff. Aber immer wieder wird gesagt, du brauchst Talent und das stimmt auch. Talent kannst du dir so vorstellen, dass wenn du talentiert bist, dann fällt es dir in den meisten Fällen nicht so schwer, deine fußballspezifische Fähigkeiten auszubauen. Das heißt beispielsweise, dass du es schaffst, irgendwie eine Fußballtechnik schnell zu erlernen. Dass du es schaffst, das, was im Fußball gefordert wird, schnell zu erlernen. Wenn du das schaffst und du beispielsweise auch hier psychische Fähigkeiten hast, sowas wie Disziplin, Motivation, sowas wie Kampfgeist, Wille schon früh in deinem Kopf integriert worden ist, dann bist du talentiert. Und dieses Talent, das brauchst du einfach als Fußballer. Da kann man nicht drum herum reden, das brauchst du unbedingt. Also, das ist sozusagen so ein bisschen die einzige Sache, die du nicht aktiv beeinflussen kannst. Die anderen drei Dinge. Ja, das erste ist, versuch unbedingt dir eine klare Zielsetzung zu setzen. Versuch zweitens den Prozess zu lieben und drittens Disziplin zu entwickeln. Die drei Punkte kannst du wirklich beeinflussen, die kannst du aktiv angehen. Man sollte aber nicht vernachlässigen, dass zu jedem Profifußballer auch Talent unbedingt dazugehört. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass unbedingt ein Like und einen Kommentar. Abonnier uns und aktivier die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Ansonsten schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen, als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.